Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 23. Mai 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1349 und heute habe ich die folgenden Themen für dich bereit. Ring, WordPress, Motorola, Relay, Acara, XR Pro OS, KeePass Mini und Instagram. Na dann starten wir gleich mal mit den ganzen Themen. Zum einen Ring. Der Gründer von Ring, dessen Namen auf Jamie Siminoff hört, hat jetzt Amazon verlassen. Wie immer, wenn andere grosse Buden aufkaufen, dann bleiben die Führungskräfte und Teil des Managements sicherlich noch für eine gewisse Zeit im neuen Unternehmen, haben da Schlüsselpositionen und oder sitzen einfach die Zeit tot, bis dann sie auch endlich wieder gehen dürfen, weil nicht immer ist das das Gelbe vom Ei, was sie eigentlich wollten. So haben wir es bei WhatsApp gesehen, so haben wir es bei anderen unterschiedlichen Unternehmen gesehen und jetzt eben auch bei Ring. Ring, ein Smart Home Hersteller, der Kameras machte, um von der Tür aus zu sehen, was vor der Tür passiert. Der Gründer war damals, im Jahre 2013, übrigens bei Shark Tank, was bei uns so wie, wie heisst das Format schon wieder, die Höhle der Löwen oder sowas, genau in dem Reich, abgeblitzt ist. Die haben es geschafft und wurden schlussendlich für eine Milliarde US-Dollar an Amazon verkauft. Das ganze System wurde da integriert ins Ökosystem und jetzt durfte er eben endlich gehen. Ich bin mal gespannt, was der junge Herr in Zukunft noch so treiben wird und was er vielleicht als nächstensführende Firma aus dem Boden stampft. Bei WordPress gibt es ein Update, das ihr unbedingt installieren solltet, wenn ihr auch unterwegs seid mit WordPress. Erst gerade war das 6.2.1 gekommen, jetzt ist das 6.2.2 mit nachgeschossen. Ich hoffe mal, dass all die Leute, die mit Shortcuts Probleme hatten, wegen falscher Einbindung bei Plugins oder Themes, dass die die Möglichkeit bekommen, es mit der 6.2.2 wieder lauffähig zu machen. Wir werden sehen, was da alles kommt. Wir werden es sicherlich hören, besser gesagt, oder lesen können. Motorola, endlich ist es raus. Lange in den Gerüchten, jetzt wissen wir es, per 1. Juni 2023 stellt Motorola das Razr 2023 vor. Ein sehr, sehr schickes Club-Smartphone. Schon der Vorgänger und der Zwischengänger quasi haben mir gefallen. Jetzt kommt es, wenn die Leak-Geschichten alle tatsächlich wirklich stimmen, sollten die Aussenkameras, die ums Display herumgebaut werden, oder eher besser gesagt, die Kameras sind im Display eingelassen mit einer Aussparung, und zwar recht heftigen. Schaut spannend aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil der Unterschied zu Samsung, die nur ein kleines Display haben und das von Huawei ein bisschen grösser und dann das von Oppo mit dem grossen Breiten, aber Motorola will jetzt hier ganzflächig mit dem Display kommen. Es wird, wie gesagt, spannend in dem Bereich. Neuigkeiten gibt es auch von der Fintech-App Relay, eine Schweizer App, um Bitcoin zu handeln. Die erlaubt es dir ab sofort Euro oder um Franken 100 an der Zahl für null Gebühren zu kaufen. Und das jeden Monat einmal, also bis zu 100 Franken. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich hoffe, das kommt auch für die Sparpläne, die sie haben. Zumindest hatte das schon angekündigt, der Gründer, der Julian Liniger, dass das kommen mag. Ich freue mich darauf, denn ich habe da einen kleinen Sparplan laufen und dann würde ich davon profitieren können. Neuigkeiten gibt es auch für all diejenigen, die eine Acara-Tür klingeln. Nach Ring kommen wir zu Acara. Ihr eigen nennen, wie ich zum Beispiel. Die sollten sich das Firmware-Update runterladen. Da gibt es ein paar Verbesserungsgeschichten, ein paar Fehler, ein paar Bugs wurden ausgebügelt. So zum Beispiel soll das Ganze stabiler laufen. Ich hatte bis jetzt bei mir nichts an Instabilität finden können, aber ich habe vom einen oder anderen gelesen, dass da was ist. Vor kurzem erst habe ich euch gesagt, dass Apple sich die Wortmarke XROS hat schützen lassen in Neuseeland. Das haben sie mittlerweile auch getan in Australien, in Grossbritannien und, nee, war nicht noch einmal ein drittes Land. Das dritte ist Neuseeland mit dabei. Aber jetzt wissen wir auch, dass sie in Jamaika sich noch ein weiteres haben sichern lassen und wahrscheinlich bald auch in anderen Ländern. Das XR Pro OS. Wir dürfen gespannt sein, ob das eine falsche Fährte ist und oder ob wir da was sehen werden an der WWDC. Dann gibt es noch Kritik von Nutzenden rund um die App KeePass Mini. Ich habe die Tage schon mal darüber gesprochen. Ne, stimmt nicht, das waren die GeekDoc News, die nächstens heute noch online kommen wird. Da haben wir darüber gesprochen. Da gab es ja ein paar Probleme. Jetzt gibt es auch Ärger bei der KeePass Mini App. Was das genau ist und warum in der daily.geekdoc.ch Webseite oder im Podcatcher eures Vertrauens findest du den Link drin zum Anklicken und das Ganze nachlesen. Und zu guter Letzt gibt es noch bald Konkurrenz für Twitter. Ja, ich weiss, Mastodon ist schon da und schon diverse andere Plattformen, die das Twitter-Zeugs kopieren. Nun kopiert der Nächster einer, der das sehr gut kann und da könnte auch Potenzial dahinter sein. Oder auch nicht, Schusse bleibt bei deinen Leisten oder eben auch nicht. Instagram macht nicht nur Reels und Videos und kopierte Storys von Snapchat war das damals genau. Nie, jetzt wollen sie auch noch Twitter kopieren. Bekannt ist das Ganze schon seit dem März dieses Jahres. Nun kommt es so weit oder zumindest nach Gerüchterlage, dass es schon im nächsten Monat online gehen kann. Instagram testet das mit Persönlichkeiten und mit Influencern. Und das Ganze soll sehr, sehr gut funktionieren. Es soll eine Verknüpfung da sein oder die Möglichkeit gegeben sein, dass man seinen Account hier bei Instagram dann mit den von Mastodon zum Beispiel verknüpfen kann. Was ich ein bisschen spezieller finde, aber natürlich sehr praktisch, weil in die Richtung sollte es ja eigentlich gehen. Aber dennoch möchte ich nicht, dass Facebook noch mehr weiss. Aber wir werden sehen, ob sie es schaffen mit dem Ganzen oder ob das überhaupt kommen mag und oder wird. Das wissen wir natürlich nicht. So, mein Apple Watch ist geladen. Der Tag kann starten. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.